Komm schon. Ja. Erstmal, post mich nicht. Ah. Schon wieder gleich. Ich glaub, wenn einer von uns jemanden killt. Ich kill doch keinen. Nein, ich meine von den Vex. Oder so. Außerdem zu treffen. Arschweg3000. Ja, mien. Doch zu. Er wurde in den Arsch. 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 Du bist doch so behindert. Iridium. Hier liegt überall Iridium rum. Wir sammeln das eher auf als was anderes zu machen. Merkst du das? Ja. Und ich will auch das Iridium haben. Davon abgesehen. Da drin liegt auch Iridium, wenn ich kriegen. Ja, erst wenn wir das öffnen. Ich glaube, wir müssen öffnen, oder? Soll ich drücken? Ja, mal. Oh, da liegt irgendwas. Geil! 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 Ja. Aha. Ja. Jetzt weißt du warum auch Borderlands 3 kommt. Hm. Yay. Ende. Boah, leck mich am Arsch. Nach 5 Stunden Aufnahmesession haben wir das endlich geschafft. Halt haben wir einen Schaden. Überspring ich jetzt hier. Jetzt lassen wir erstmal die ganzen Credits noch durchlaufen. Die Credits noch durchlaufen lassen. Ja. Boah, Zendus. Zendus, Zendus. So lange werden die wohl nicht gehen, die Credits. Äh, hab ich auch nicht offen. Das war jetzt die komplette Hauptstory, ne? Das war die komplette Hauptstory, genau. Die letzten 5 Stunden waren jetzt die komplette Hauptstory, die wir durchgezogen haben. Ja. Aber wir sind jetzt erst bei J. Ah, wir müssen schnell gehen. Kaa. Doch doch. Aber jetzt weißt du auch warum Borderlands 3, ne? Im Weltraum spiegelt. Und du hast da auch schon erlebt. Sie. Weil Handsome Jack eigentlich nur ein Rubiter ist. Mit Gehirn. Ah. Ein Rubiter. Ein Rubiter. Ein Rubiter. Ja. Ach guck mal da. Alli und Scooter. Ja. Ich glaube das gleiche Bild haben wie ich immer. Und damit würden wir sagen, haben wir Borderlands 2 geschafft. Ja. Aber nicht ganz geschafft, die optimalen Ziele, Zentus. Weißt ja, die fehlen ja irgendwie. Ja. Die werden noch so irgendwann zwischendurch mal kommen. Oder gar nicht. Ja, oder gar nicht. Schauen wir mal, wie wir Lust dazu haben. Ja. Kann passieren, kann nicht passieren. Könnte, könnte, könnte. Wir hätten auch zwischendurch 10 Minuten zu Hause machen können, aber wenn wir das gemacht hätten, hätte ich nicht wirklich Lust gehabt. Ja. Nein. Es heißt einfach, das Zauberwort in jedem Spiel heißt einfach YOLO. Durchziehen. YOLO und durchziehen. YOLO-Modus durchziehen. YOLO-Modus durchziehen. Alte Schwede. YOLO-Modus. Ja, der Durchziehen YOLO-Modus. Warte. Boah ey. So lange habe ich noch nie am Stück aufgenommen. Ja, Zentus. Neuer Rekord, das heißt, irgendwann können wir auch sechs, acht, zehn Stunden hintereinander aufnehmen. Und irgendwann schaffen wir auch die 24 Stunden durch. Hier am Arsch. Schön 24 Stunden live streamen. Ja. Zentus, bist du noch wahr? Ah. Halbe Leiche. So was halte ich durch. Boah. Der Junge will sterben. Der Junge will sterben. Der Junge will sterben. Haben wir ja geschafft, haben wir geschafft, haben wir geschafft. Ja, das haben wir dann geschafft. Schau mal ein Spiel wieder. Jetzt haben wir fünf Stunden. Ja, würde ich sagen. Ich glaube, wir haben folgen bis... Oh, da wird jemand traurig sein. Oh, der arme WTF. Ja. Der arme WTF, der arme Junge. Oh. Der kann gar nicht mitspielen. Oh. Guck mal ganz kurz hin. Hier ist was. Was willst du denn da nachgucken? Den, den, den. Vor allem, weil WTF oben ist, ne? Ja. Ja. Manche halt mal Bescheid sind, einfach mal anzustupsen oder so, ne? Nee, jetzt ist es egal. Jetzt ist es zu spät. Ich hab auch gar nicht ger... Ich wollte gar nicht, sondern kam. Ich auch nicht. Guck mal ganz kurz. Ähm. Wann kam er denn? Den, 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 den. Ich wollte nur gucken, wie lange er tun darf. Ja. Das könnte... 3 Stunden, 12 Minuten, 27 Sekunden. Also irgendwann um 18 Uhr. Ja. Ja. Ey, wann haben wir denn auch 5 Stunden? Alter. Boah. Willst du mich verarschen? Nee, will ich nicht. Ja. Respekt, 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 Borderlands 2. Borderlands 2, du ich. Mit Handsome, Furz, Jack. Hast du was mit Borderlands 1 mitbekommen, mit diesem Multiplayer? Nee. Bei Steam? Nö. Das heißt, irgendwann, dass die da was hinzufügen wollen, dass der Multiplayer wieder ordentlich geht. Ah, okay. Na ja. Wo hab ich letztens zufällig gelesen. Na ja. Das heißt aber nicht unbedingt, dass wir den ersten Teil noch machen müssen. Nee, der erste Teil ist auch nicht so spannend. Vielleicht den zweiten für lustig oder so. Freuen wir uns doch auf den dritten. Jo, auf den dritten. Auf den dritten. Aber bevor der dritte Teil kommt, würden wir auf jeden Fall erstmal Assassin's Creed Unite machen. Oh, ja, wow, wow. Da freu ich mich auch schon auf. Vor allem würden wir noch zwei andere dazu finden? Bestimmt. Lassen sich bestimmt irgendwelche Leute fienden. Ja. Und dann können wir hier Gas geben. Oh, wie lange gehen die Kradiz hier noch? Kradiz. Krieg ich kein Dankeschön? Weil ich so ein netter Mensch war. Doch, wahrscheinlich irgendwo am Ende. Und vor allem kommen wir immer die gleichen Bilder. Mh. Mh. Hätten wir auch mal mehr machen können. Hätte. Hätte, hätte. Fahrradkette, ne? Ich bin ja ein bisschen müde, muss ich sagen. Nach fünf Stunden? Ach. Nein. Nein. Oh, gleich. Gleich kommen wir oben an. Was habt ihr gemacht? Ja. Noch gar nix. Gar nix, Borderlands ist noch fertig. Ah, ja, ja, ja. Ja, komm. Komm, komm, komm. Put, 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 put. Der Krieger, der hat uns jetzt hier noch ne Zeit gekostet. Ich glaube, der hat uns jetzt zwei Folgen gekostet, der Spinner. Ja, ja. Und dann die ganzen Tode, hätten wir die nicht gehabt. Der hätte man ne halbe Stunde auch noch gespart. Ja, aber ist ja relativ egal. Ja. Wir haben das ja YOLO-Monus angeschaltet und sind ja früher schon reingerannt. Dann hätten wir die Stunde... Eigentlich hätten wir noch leveln müssen. Ja, wir hätten die Stunde vielleicht, wenn wir jetzt nicht so oft gestorben wären und mit dem Krieger da hätten wir ein paar Level gemacht, hätten wir vielleicht auch paar Ziele nur geschafft, auf ne Stunde irgendwelche optimalen Ziele zu machen. Hätten wir ja zehn Stunden aufnehmen können. Ja. Ne, Ã, willst nicht ... Ich hab mir nicht jetzt ganz schön Hunger schon. Hunger? Ja. Ja, Hunger. Werden wir gleich noch pouvez- …老ih glücken, da haben wir vielleicht er plaint, Ah hey Leute, wir haben es jetzt fünf nach Halb Zehn abends ... Sag doch einfach halb zehn nur, was ist das für eine Auslage? 21.34 Uhr ... Ich krieg dich, das hast du mir gleich. Lääh ich nicht. Was? So fünf Stunden? Also 16.30 Uhr haben wir angefangen, ne? 16 25 weißt du was ich tue jetzt ernte hier kann ich noch nicht mal escape das ging mir immer noch ein keks weil wir wollen auch immer beenden der zent hat aber auch nein denn das hat um die stadt bevor wir ganz beenden nein warte video nein ich meinte nachdem wir aufgesammelt ja er ist das ding hoch gekommen oder so und das ist der video noch mit dem irgendwo weiß ich nicht das hier genug ist iridium ich auch ein paar lila dinge auch ich sehe gerade ich habe 929 so weit rufen die trocken dann kam schaden riechstücken warum nicht eben wieder wir achten vorhanden wie man sonst amelgen mit neun punkt nee ich war 27 ja hast du recht aber du nicht so trocken ist nicht viel was nach der geschwindigkeit kritische schaden das modell effekt ein film und ganz bisschen leben noch einen punkt nicht verteilen ganz bisschen wie gesagt mir fehlen noch ein ganz bisschen leben ja komm verschwinden von hier runde zwei gescheitert ja toll wenn man die zweite runde noch nicht anfängt ja aber ich bin daneben gehupft ich habe daneben gehupft hier ist was anderes auch eine munitionsstation ja oder wo du bist ja zieh mir noch mal geld ab ich habe ja nicht viel ist gestorben ja ich hab dein lava schwimmig schwimmig gemacht ich habe noch 61.000 kommen solche zeug reisen macht doch nein wir müssen hoch das ist das falsche reisen dann kommen wir nur in die eine dinge wir wollen ja nach shanturin oder ja geil da oben ist die video und da kommen wir nicht dran ja auch trinke trinke jetzt auch irgendwann ab doch habe ich mache ich shantosh shanturi zentos rei mache ich jetzt auch machen wir haben bestimmt gleich noch einen abzugeben dadurch das ist der fritz mit zentri da also was jetzt ist es der fritz also das jetzt hier die kässe jetzt aktuell ist aber jetzt auch eine runde zocken so yolo und polo und gibt ihm und so wie viel quasi einfach nur haben mir die aufnahme wir bedanken uns fürs zugucken von borderline 2 bis zu einem anderen projekt von schau tschüss